In diesem Video... Ey, ey, meine Steuerung macht das nicht! Yeah! Weißt du, meine Steuerung kriegt das gar nicht gebacken. Ja, moin, ich glaube, den Kampf sehe ich noch in 100 Jahren. Moin, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zum Bowser-Fight. Wir werden jetzt das Elbe rühren und damit wird sich Luigi nun gegen Bowser messen können, hoffentlich. Es wird Zeit für einen Riesenkampf. Luigi ist genauso entschlossen wie wir und wir werden jetzt Bowser zeigen, was er nicht kann. Und zwar überleben. Mario, bist du bereit? Ich habe mich schon zum Riesen verwandelt, als du noch in der Wiege lagst. Und jetzt willst du meinen Stil kopieren, Grünbart? Eure Widerlichkeit, die Schergenschaft, ist bereit. Was soll denn das jetzt heißen? Wir besiegen Bowser und retten unsere Welt! Na ja, wir sind auf jeden Fall bereit. Es ist soweit, jetzt erfüllen sich alle meine Träume. Bühne frei! Es gibt keinen Kommen. Denk an alles, was du bisher gelernt hast. Und Siege! Ja, gut, dass mir bei mir bei sowas immer die Aufnahme abschmiert. Finde ich schön. Nur mal als Randinformation. Ich musste den Kampf jetzt nochmal neu starten. Aber mir ist die Hälfte der Aufnahme abgeschmiert, leider. Deswegen sind wir jetzt wieder hier. Ich schweige nicht, ob ihr seht das ja nicht, weil die Hälfte fehlt. Okay, jetzt macht der diesen Move. Das habe ich schon das letzte Mal Probleme gehabt. Aber ich habe... Ich habe da immer noch Probleme. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was ich da drücken soll. Es wird nicht erklärt. Es steht kratzen. Traum, Luigi. Mach jetzt bloß keinen Schritt zurück. Ja, aber was soll ich denn tun, wenn er das macht? Ruhig jetzt, du Kissenfüllung. Genug gelabert. Ich check die Attacke überhaupt nicht, ne? Ohne das böse zu meinen, aber ich check die nicht. Also, finde ich manchmal echt schwierig. So, könnten wir das Kratzen jetzt bitte schaffen. Ich weiß sonst nicht, was ich da machen muss. Ob ich wirklich kratzen soll oder... Whatever. Ich habe keinen Plan. Gedrückt halten steht da nicht. Beschreibung ist on point. An der Stelle. Ah, okay. Man muss gedrückt halten, im Übrigen. Hab ich echt spät erfahren, ne? Ah, so muss das. Ist das nicht ganz schön bröcklich, wo du da drauf stehst? Der Bohnen ist instabil. Ach, gucke mal. Dann können wir ja mal... ...en Sprung setzen. Bäm. Und... Bäm. Okay, immerhin sieht das jetzt sehr gut aus bisher. Also, sehr gut vielleicht nicht, aber es sieht gut aus. Wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen? Meine Zeit zu verschwenden, Bowser. Wir müssen an Tasma aufhalten. Näh. Ihr Nervenbolzen, nehmt das. Ich würde sagen, das schlagen wir erfolgreich zurück. Bomm. Und was wollt ihr jetzt? Oh, die machen mir Damage. Oh. Ja, nur ein bisschen haben sie auf jeden Fall. Hä? Okay. Luigi, könntest du mal bitte ein bisschen früher schlagen? Also, das ist doch nicht dein Ernst. Äh, später schlagen, meine ich. Wieso kriegt der nicht fressen? Wow, da bin ich schon wieder halb tot. Nur wegen dieser komischen Drecksattacke. Okay. Okay. Ja. Dreh doch! Es. Also. Ja, er kann dafür nichts. Also, drehen ist nicht machbar. Mit der Steuerung nicht, nee. Das ist traurig, aber wahr. Was? Was? Jetzt wird's aber ziemlich eng hier hinten. Da! Was da? Dieser Kampf ist noch nicht vorbei. Dürfte ich auch mal wieder? Ja! Ich darf halt gar nichts machen, ne? Ich muss halt irgendwas hier machen, gefühlt. Cool. Halb tot. Läuft. Naja, immerhin. Ein bisschen was wieder gehalten, aber ich glaube, das wird nicht reichen. Nicht, wenn diese Kanonendinger wieder kommen. Also, die finde ich am schrecklichsten. Ah, toll. Ich werde jetzt in die Lava gebombt. Danke. Ja. Boah, wie viel das absieht. Yo! Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig gemacht habe, aber okay. Vor allem, ich muss der jetzt treffen eigentlich gleich. Weil sonst ist Game over. Und zwar wortwörtlich Game over. Das ist ein Kampf. Näh! Dies! Das hier ist noch lange nicht vorbei. Also, der Kampf ist echt extrem schwer. Also, zumindest bin ich bisher schwerer als den. Äh, mit dem Riesen-Schicken. Ja, der ist definitiv... Ja, genau. Der ist definitiv schwerer. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Aber der ist definitiv schwerer als der von der Pennehenne. Beim besten Willen, die von der Pennehenne war wenigstens einfacher. Alter. 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 Hallo. Hallo. Also, also viermal ist jetzt ein bisschen übertrieben, mein Freund. Wir wollen ja nicht gleich übertreiben. Aber jetzt wieder sein Schwänzchen nehmen, ne? Das ist noch okay. Überlegt euch mal, das ist noch okay. Ihr kriegt nicht mehr hin. Weil, naja. Funktionsstörungen und so. Ah, schon wieder in der Klemme. Ach, da hinten ist eine ganze Arena. Das ist die Bühne für den letzten Akt. Für meinen letzten Akt auch. Jetzt gibt's Saures. Los, schlag ihn zurück, Traumluigi. What the fuck? Die bereit machen. Für was denn? Ja, moin. Ey, ey, meine Steuerung macht das nicht. Yeah. Weißt du, meine Steuerung kriegt das gar nicht gebacken. Ja, moin. Und ich glaube, den Kampf sehe ich noch in 100 Jahren. Also, es tut mir leid. Aber die Steuerung ist nicht dafür ausgemacht. Gut, dann bis gleich. Leider bin ich jetzt mit genauso wenig Leben dort. Es geht nicht anders. Also, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Aber das ist nicht machbar für meine Verhältnisse. Weil ich halt einen Nachteil habe. Ich habe einen ganz gravierenden Nachteil. So, und jetzt muss ich irgendwie gerade halten und gegenlenken und was weiß ich mir alles. Ich habe einen Nachteil. Ah, okay. Check it schon. Ich musste anders halten und gehe in die Lava, mein Freund. Ich habe die Schnurze voll von dir. Du ekliger. So können wir weitermachen von mir aus. Ist mir egal. Und weg mit dir. Meinen Freund, bitte brenn. Komm, mach einfach den Stern, bitte. Komm, Luigi Mario. Gib ihm jetzt den Brüderfinish. Den Rest müssen wir. Ey. Kannst du niemanden erzählen. Komm schon. Mach ihn nieder. Genau da auferstören. Jetzt. Zeit down, Mann. Junge, hast du mir Zeit und Nerven gekostet. Uff, der Riesenkampf war wild. Oh nein, sag nicht, der lebt noch. Euer Schläfrigkeit. Wie konnte das passieren? Aber noch nicht ist die Hoffnung verloren. Oh nein. Mit meinem letzten Zauber gebe ich euch eure neue Kraft. Stern steht bereit. All eure Kraft für Bowser. Oh ja. Oh Gott, nein. Oh bitte nicht. Ja, genau. Und ich bin halbtot. Ich hasse alles. Und wenn ich jetzt sterbe, darf ich alles nochmal machen, ne? Das ist nicht dein Ernst, Alter. Ey, jetzt ohne Witz. Uuuh. Ha, ha, ha. Dachtest du, ich wäre tot, oder was? Geil. Gleich seid ihr nur noch muß. Ja, moin. Ja, moin. Ja, genau, Alter. Wie soll ich da schnell tippen, Mann, Bruder? Ich hasse dich, ich hasse dich. Ja, genau, Mann. GG-Spiel. Ist der Ubica-Lutscher-Spiel. Meine Güte, ist das nie. Oh, oh, warte. Ich fange ja wieder hier an. Okay, ich habe mich nicht aufgeregt. Wir vergessen das, was ich aufgeregt habe. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Alter. Ich war jetzt gerade wirklich echt nicht nur tiltet, sondern tiltet, ultra tiltet. Aber wieso hat mein Ticken nicht gezählt? Ich krieg doch. Oh, Alter, ist das kacke. Assi. Spiel. Also, so schnell kann ich nicht tippen. Tut mir leid. Ich habe hier eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich finde das ein bisschen unfair, muss ich ehrlich gestehen. Also, bei weitem unfair. Darf ich hier irgendwas machen, was Einfaches? Ja, was sollten wir machen? Geht ja nicht schneller. Sagt der Scheiß-Steuerung. Ja. Ach, komm. Vergiss es. Das Spiel, also, das ist unmöglich mit der Steuerung, die ich habe. Alter. Das ist doch Betrug hoch 10. Wie soll ich denn das denn drücken? Also, es tut mir leid. Ich kann nicht schneller drücken, wenn der nicht schneller annimmt. Das geht bei weitem nicht. Ich check es nicht. Ich kann nicht schneller drücken, als ich das jetzt schon drücke. Ich drücke super schnell. Und der macht das nicht. Ich check das nicht. Also, das muss wirklich daran liegen, dass das einfach zu spät angenommen wird. So. Macht man das. Meine Güte, ey. Jetzt liegt es ja wenigstens in der Lava. So, kann man ihn jetzt killen? Ja. Er ist benommen. Das ist jetzt die Chance für den Angriff. Nochmal Superstern, ey. Lass mich auch helfen. Oh, ja. Ja, genau. Nimm mal einen Planeten. Jetzt geht's ab. Warte mal, was muss ich tun? Oh, nein. Und die Steuerung funktioniert... Nicht. Natürlich funktioniert die nicht. Warum soll es die funktionieren? Nee, nie, nee. Das war's. Alter, was ist das denn? Mein bester Willen, ich kann nichts mehr zu dem Kampf sagen. Der Kampf hat mir mehr gebrochen als das ganze Spiel. Als der ersten anderen Vorhin kämpfe. Uff. Gut gemacht. Danke. Jetzt müsste Antasmas Macht aber wirklich geschwächt worden sein. Es ist an der Zeit für den letzten Kampf gegen Antasma. Gehen wir denn in die Wachwelt zurück? Also Leute, falls es euch gefallen hat, auch wenn ich ein bisschen sauer war auf den Kampf, lasst gerne eine Bewertung da. Lasst mir wissen, ob ihr das besser gemacht habt. Ich hoffe schon. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend. Bis denne. Und ciao.